Was ist eigentlich ein Retainer? Ein Retainer ist ein Gerät, was die Zähne in der Position hält, in der sie sind. Also, wenn die Zähne gerade sind, nach einer abgeschlossenen kieferorthopädischen Behandlung, etwas, was dafür sorgt, dass die Zähne sich nicht wieder verschieben. Und da gibt es verschiedene Arten. Da gibt es zum Beispiel einen herausnehmbaren Retainer. Da setzt man einfach jede Nacht ein und trägt den immer über Nacht. Und wenn man das regelmäßig tut, sorgt es dafür, dass die Zähne genau in der Position bleiben, in der sie sind. Es ist aber so, dass sich Zähne ein Leben lang bei vielen Patienten verschieben. Nämlich bei fast 8 von 10 verschieben sich Zähne ein Leben lang. Und da kann man vorher meist nicht genau sagen, bei wem verschieben sich denn die Zähne oder nicht. Wenn man irgendwann tatsächlich keinen Retainer mehr trägt, kann es passieren, dass die Zähne wieder schief werden. Gibt es da etwas anderes? Es gibt auch festsitzende Retainer. Das hört sich jetzt erstmal relativ spektakulär an. Und man denkt so, oh, was fest ist noch? Da habe ich eigentlich vielleicht nicht so Lust drauf. Und da ist es so ein fester Retainer, das ist ein ganz, ganz dünner Haltedraht hinter den Zähnen, den man nicht mehr merkt, mit dem man sich auch vernünftig die Zähne putzen kann und die Zähne auch mit Zahnseine reinigen kann. Und dieser Retainer kann im Endeffekt ein Leben lang hinter den Zähnen bleiben. Man muss den schon einmal im Jahr kontrollieren, dass der auch nicht irgendwie kaputt gegangen ist. Aber das sind so die Möglichkeiten, mit denen man dafür sorgen kann, dass die Zähne in der richtigen Position bleiben. Nämlich genau in der, in der man die haben will. Nämlich genau in der Zähne in der Zähne in der Zähne in der Zähne.